Musik Das Schöne an den Vogelschaufahrten ist, dass man die Natur aus einer ganz anderen Perspektive sieht wie zum Land. Zum Beispiel, wenn wir am Wollmartingeriet vorbeifahren, können wir die Vögel beim Balzen, beim Nestbauen und Rasten sehen. Und das genießen wir sehr. Musik 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 Ein Tief voller Vogelschaufahrt lohnt sich ein Spazierpark und Seefahrt in Kreuzlingen. Da kann man schon viele Arten entdecken und wunderschön beobachten. Musik 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 Musik